Hi Leute, hier ist euer Matsujin mit einem Legendary Report. Das ganze Inventar habe ich diesmal voll und wir gucken mal, was diesmal bei rausgekommen ist. Oder was bei diesmal hier rauskommt. Ich hoffe, da ist wenigstens ein gutes Item dabei. Der Legendary Report war ja sehr erfolgreich. Und ich hoffe, das kann ich wiederholen. Aber dafür bräuchte ich Glück. Nix wert. So, schauen wir mal. Äh, nö. Mit Int, 4, 5, 6%. Poisonry, sie... Ähm, den gucken wir mal nach, den dann da jetzt an der Zunge. Geht's weiter? Nee. Nee, äh, auch nix wert. Der ist, oh, shit. Shit. Mit Crit-Chance drauf. Hm. Also, das Schildchen können wir auch mal im Auktionshaus nachgucken. Was haben wir hier? Wir haben hier so einen doofen Ring, den auch keiner haben will. Das Ding will keiner haben, das Ding will keiner... Ach so, hier muss Crit-Chance drauf sein, wurde mir gesagt. Ist aber nicht drauf. Mit Sockel. Zu wenig Damage. Auch schlecht. 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 Äh, nee. Den machen wir auch weg. Drei Stück hatten wir davon jetzt hier. Wow. Der kommt auch da oben hin. Das Ding will auch keiner haben. Den auch nicht. Den auch nicht. Den will auch keiner haben. Und den auch nicht. So, hier gucken wir nach. Und jetzt haben wir noch hier ein Amulett. Ähm, mit Vitalität in Damage. Oh, der Amulett ist jetzt nicht der Bringer, aber... Schauen wir gleich mal nach. Und ein SOJ mit maximaler Disziplin. 29% Damage. Cross of Impale. Oh, keine Ahnung. Nachgucken. Schauen wir mal nach. So, als erstes der Andarids Antlitz mit einem Int-Raw. Relativ wenig, ähm, Feuer-Damage. Aber Int-Andi war eigentlich, glaube ich, immer billig. Ähm, 6% Feuer-Damage. Was haben wir noch drauf? Poison-Raisy, Attack. Leben pro Sekunde. Ja, hier ist schon 5er, also... Okay, der ist nichts wert. So, der... Das Schild... Mit Alls. Alls ist immer... 6, 5. Hm. Okay. Hat sich auch erledigt. Das Amulett... Da bin ich auch gespannt. Wir schauen nach. Aber... Ich glaube, wir brauchen schon gar nicht mehr nachgucken, wenn ich mir die Stats von den anderen anschaue. Okay, gut. Das ist dann wohl auch nichts wert. Hat sich auch erledigt. Ähm... Jetzt noch der Ring hier. Ähm... 6% erkannt. 10 Maximum Disziplin. Maximum Disziplin. Können wir aber schon wieder nicht auf Ringe suchen, ne? Das wäre ja nichts Neues. Na gut, dann... Track 17. Ähm... All Armor. Damage vs. Elite. Disziplin oder Maximum Disziplin? Müssen wir wahrscheinlich suchen. Max Disziplin... Mit 10... Und... 29... Ähm... Hartford Impale. Demon Hunter Impale 4. Okay. 6% 15 Millionen. Boah, sieht doch fast so aus wie meiner. Also ich probiere mal für 9 Millionen zu verkaufen. Vielleicht will den ja einer haben. So, der ist auch drin. Ja, ich würde sagen, ja, viel Quepfer diesmal dabei. Ein Gegenstand, den wir vielleicht loswerden. Mal schauen. Äh, hier lag ein bisschen Hoffnung drin. Aber da ist auch leider nichts Gutes rausbekommen. Das war's auch schon wieder. Naja, man kann halt nicht immer Glück haben. Ich wünsche euch trotzdem viel, viel Glück bei euren Legendaries. Peace. Wir sehen uns bald wieder. Euer Matze-Gin. Daumen hoch nicht vergessen. Bye, bye.